Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge LS17. Wir befinden uns wieder in der Holzverarbeitung. Ja, und zwar haben wir beim letzten Mal wieder mit dem Vollernter gearbeitet. Haben uns ein paar Bäumchen gefällt, haben die hier rüber gefahren. Leider klappt das nicht so mit der Abladestelle, Seite ja, aber mit der Stelle nicht so, wie ich es mir erwünscht hatte. Dass es vielleicht sofort da rauf ablädt. Aber so haben wir dann jetzt halt die paar Holzstämpchen dort mal eben selber rüber gestellt. Raufgelegt. So. Und das war's. Einsteigen. So, er ist fertig. Können wir Maschine ausstellen. Können wir auch Maschine ausstellen. Den haben wir irgendwo an. Den haben wir nicht an, aber den brauchen wir jetzt. So, wir fangen jetzt an und transportieren ab. Dafür brauchen wir aber jetzt noch ein LKW. So, anschalten. Ich vergesse, dass du mal den Motor anzuschalten. Wir brauchen nämlich jetzt unseren Wassertrailer. Den lassen wir jetzt hier auch mal eben befüllen. Ah, jetzt kommen wir da gar nicht rein. Müssen wir halt eben einmal kurz außen rumlaufen. So, weil wir müssen unsere Plätze hier wieder freiräumen. Leider sind da jeweils immer nur ein Spawnplatz. Schade drum eigentlich, ne. Aber, naja. Bekommen wir schon alles irgendwie geregelt. So, wie voll ist jetzt unser Wassertrailer? Ist voll? Gut. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ja, genau so machen wir das. So, ihn stellen wir hier ab. Und ihn wenden wir. Und sagen ihn hier in volle Mie bitte hinterher. Wer ahnt schon, was ich vorhabe? Was wir jetzt als nächstes tun? Ich bin mal gespannt. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. So, hier durch. Fahren wir hier rechts. Genau, er folgt uns. Auch ein schönes Bild, ne, wenn er uns folgt. Finde ich auch sehr klasse. So, dann fahren wir jetzt die nächste wieder rechts. Jetzt. So. So. Ja, dann fahren wir halt mal ein bisschen durch die Gegend erfolgt uns noch sehr schön fahren wir da vorne links fahren wir über den BGA oder auch nicht, hätten wir doch nicht machen sollen naja, egal wir fahren hier vorne runter raus wir sind jetzt zwar ein bisschen eng, aber sollte schon klappen raus, super so, folgt er uns noch erfolgt uns noch unauffällig wollen wir ein bisschen jetzt auf den Gas drücken so, Gas runter kommt eine ziemlich scharfe Kurve wir holen ein bisschen aus und dort sind wir wo sind wir hier an der Papier- und Pappfabrik Kurzfassung Zellstofffabrik ja, die wollen wir ja auch am Laufen bekommen haben wir ja auch schon jetzt das längere was dazu gesagt wollen wir mal schauen dass wir sie jetzt endlich hier ja, am Laufen bekommen dass wir endlich auch Papier und Pappe herstellen können und dann können wir sie auch wieder verkaufen dafür brauchen wir halt unsere ganzen Hackschnitzel so, wir laden ab so, wir laden ab und weiter geht's allerdings fahren wir mit ihm jetzt hier einmal hier quer drüber ist gerade keiner da guckt gerade keiner können wir auch nur machen weil uns das Feld nicht gehört äh weil wir ja frech sind so, wir fahren einmal durch die Stadt durchs Dörf Lee ob die Heidi hier wohnt ich weiß es nicht das wäre natürlich noch eine gute Frage, ne ob hier die Heidi wohnt also hmm sollten wir vielleicht mal demnächst einfach mal gucken gehen so dann sind wir wieder am Maschinenhändler und zwar brauchen wir ein paar Kleinigkeiten was heißt Kleinigkeiten ja, ist schon ein bisschen was mehr aber ich sag mal so wir haben es ja im Moment wir wollen uns nämlich eine neue Sattelzugmaschine kaufen dann brauchen wir zwei Dollys und dann brauchen wir dann brauchen wir eins zwei drei genau drei Stück wir setzen mal kurz die Dollys drunter so letzten ersten Grade nehmen uns ihn hier und jetzt wahrscheinlich ist das jetzt alles Quatsch was ich mache weil wir bestimmt keine Anhängerkupplung am Anhänger haben im Trailer richtig da können wir gar nicht okay gut wir schauen mal ob wir ihn anhängen können einfach mal gucken ein bisschen sehr weit weg können wir den echt nicht anhängen ach nöö tatsächlich nicht Hä, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, verkaufen wir die Dollys, ne? Tja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die Dollys alle zu verkaufen. So, Garage, eins, zwei, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es so. Geht es ja leider nicht anders. Wir werden uns wohl ein paar Sattelzugmaschinen holen. So, wir steigen raus, steigen in dem hier ein. Dann brauchen wir noch zwei weitere Sattelzugmaschinen. Dann wollen wir uns die mal holen. Eins, zwei. Und wieder ordentlich Geld ausgegeben heute. Ja, was sollen wir machen? Wir brauchen sie. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig, ne? So. So, der nächste. Fahren wir halt mal eine schöne Kolonne. So, und das Ganze noch unangemeldet. Oh, oh, das könnte richtig Ärger geben. Aber, naja, egal. So, wir laufen mal kurz vor. Zum Vorderen. Einsteigen und sagen, bitte Gas geben. Ja, es folgen uns alle vier. Äh, alle drei. Eine Menge Hockfenfelder gerade hier, ne? Übersehen. Eins, zwei, drei. Ja, alle folgen. Sehr schön. Mal gucken, wann wir den ersten verlieren. So. Also scheinbar kommen noch alle schön hinterher. Sehr schön. Wir fahren drüber. So. Dann haben wir das gleich auch erledigt. Sind wir gleich auch wieder bei uns. An der Arbeitsstelle. Wir fahren vorsichtig hier rein. Kann ich dazu die Kurve zu groß nehmen? Ach, guckt mal da. Da steht noch eine Palette rum. So. Dann stellen wir uns hier mal in Schlange an. Und sagen hier, bitte beladen. Nehmen wir den ersten hier wieder raus. Schon mal. Laufen derzeit mal eben drüber und schauen mal nach den Spawnplätzen wieder. Da ist es nämlich auch wieder voll. Nehmen wir mal wieder runter. Hier bestimmt auch wieder. Was fragen wir überhaupt? Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht in den nächsten Folgen mal ein bisschen ordentlicher gestapelt bekommen hier. Jetzt brauchen wir hier unseren Aufflieger. Warum steht die Fabrik hier still? Irgendwas hat sie doch. Was fehlt ihr? Info, Hackschnitzel voll. Oh, okay. Dann sollten wir vielleicht mal eben schnell einen von den Auffliegern dort schon mal Jagdsschnitzeln entfernen. Ähm, entfernen. Plan aufklappen. So. Und da springt es auch direkt schon wieder an. Ist das sehr schön. Was wollen wir denn noch mehr? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich kein Holz mehr gehabt hätte. Hätte mich verdammt gewundert. So. Jetzt nehmen wir uns schnell ihn hier. Drehen ihn hier. Setzen ihn hier vorne an. Lassen ihn hier stehen. Und holen uns die Nächsten. Folie aufklappen. Und Befüllung starten. So, unser Palettenaufflieger Stand hinten an der Bretterfabrik. Genau. Na, wo ist er? 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 Dort ist er. Ja, weil wir müssen ja auch noch Leerpaletten mitnehmen. So. Welchen Modus haben wir drin? Paletten. Sehr schön. Dann können wir auch auf Beladung klicken. Und die Beladung aktivieren. So. Und dann schieben wir mal eben die Paletten hier rüber, wenn sie wollen. Hallo. So. 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 So, die beiden auch drauf. So. 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 Und. So. Wie schaut es hier aus? Ach, da spawnt schon wieder direkt die Nächste. Wir machen mal direkt Belademodus aus. Oh, wir müssen Holzscheitel mal eben schnell entsorgen, äh, entsorgen, sag ich schon, runternehmen. Und dann machen wir es so. Belademodus an. Fangen wir an, hier hinten die wegzuschieben. Ja, so viel braucht aber unsere, unsere Holzkohlefabrik im Moment nicht. Wo ist sie hin? Die finden wir jetzt erstmal wieder nicht. Wie immer. So. 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 Noch zwei. So. Ups. Dann machen wir die auch wieder runter. Belademodus beenden. Stellen wir sie erstmal hier hinten wieder bei der Kohlefabrik ab. Oder schauen wir einfach mal, was wir schon reinnehmen können. Oder annimmt. Ich glaube aber wieder mal gar nichts, ne? Doch, er nimmt ein paar an. So. Er hat ein paar angenommen. Und das ist ja schön. Und das ist ja schön. Und lademodus beenden. Runter damit. Und dann gehen wir jetzt hin und laden uns erstmal Leerpaletten auf. So. Ein Trailer von Leerpaletten. Und dann gehen wir jetzt hin und laden uns mal hin und laden uns mal hin und laden uns mal hin. Dann haben wir doch jetzt hier vorne noch einen Trailer stehen. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder ein bisschen über der Zeit. Aber ich möchte wenigstens die Kolonne neu fertig haben. Damit wir das da mindestens alle einmal beladen haben. Damit wir dann auch in der nächsten Folge direkt losfahren können. Wir haben unser Follow-Me aktiviert. Wir haben ihn auch vorgezogen. Und sagen wir Follow-Me. So. Haben wir ihn jetzt auch voll? Oder lädt er noch? Ne, er scheint auch voll zu sein. Super. Super. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fahren wir mit 5 Sattelzuchtmaschinen gleichzeitig in Kolonne Richtung Zellstofffabrik. Was für ein schönes Bild. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ein Abo da lassen würdet. Und nächstes Mal wieder reinschalten würdet. Bis dorthin. Danke und tschü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü